Herzlich Willkommen zum nächsten Video. Letztes Mal haben wir hier in diesem Kreis hier aufgehört und hier waren ein paar Skelette. Machen wir direkt weiter. Jetzt können wir auch mehr untersuchen. Und ja, ich mache jetzt direkt das zweite Video nacheinander. Aber natürlich jetzt am nächsten Tag. Oh shit, auswählen. Ähm. Keine Ausdauer. Jawoll. Kostet mehr Ausdauer gefühlt. Ähm. Aber ich dachte mir so, hat irgendwie ein bisschen Bock gemacht. Nur das war noch nicht genug, weil man hat erst nur das Tutorial sozusagen gesehen. Ausweichen. Und da war jetzt jemand. Zack, Junge. So. Und ich dachte mir so, jetzt ein bisschen mehr erkunden, noch mal mehr ein bisschen zeigen. Und danach... Hey, ich bin stuck. Oh hell, na. Guys, I'm stuck. Oh hell, na. Okay, das sind natürlich Bugs, die sein können, ne. Weil ich drücke gerade jede Taste, egal wo ich hin will. Komm schon. Kann ich den Baum zerstören? Oh, piss dich. Okay, gut. Befreien. Wenn du nicht weiterkommst, Luca, hilf es zur letzten gültigen Position zu bringen. Oh, danke schön. Da ist... Da kann man doch irgendwo hin. Ich sehe doch hier auf der Karte, dass man durch kann. So, durch, durch, durch. Hier muss irgendwas sein. Irgendwas versteckt? Gar nichts? Oh, schade. Ich dachte schon, ich müsste reloaden. Aber, okay, die merken schon selber. Es gibt manche Positionen, da ist man stuck. Das ist einfach so. Wie auch immer. Äh, wo gehe ich jetzt lang? Gehe ich hier lang? Ah, gehen wir jetzt mal hier lang. Aber, ist das die Mission, wo ich hin soll? Die Punkte? Wahrscheinlich, ne? Kann ich auf den Kopf ziehen? Ne. Nicht, nicht direkt. Hauf zu fokussen, ich habe kein Wort drauf. Warte mal. Ich glaube, da sind Einstellungen drin, ne? Das automatisch, äh, machen soll. Automatische Zielaufschaltung. Ne, das will ich nicht. Angriff beim Zeiger. Wurf. Vorhersage. Unterstützung. Ja, das ist die Linie. Zielhilfe. Ja gut, die Zielhilfe kann ja bleiben. Das ist ja nicht schlimm. Aber, vielleicht mache ich die auch aus. Da kann ich nämlich kontrollieren, wo ich hinschmeiße. Das ist sogar noch geiler dann. Da kann man ja... Die Axt macht bis jetzt richtig gute Arbeit. Also, ordentlich mehr Damage. Was natürlich, äh, normal ist, wenn das so viele höhere Stats hat. Als das andere. So, durch, 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 durch. Oh, Herr, ich war gerade voll auf das Item am Krocken. Ah, da haben wir ein bisschen Schaden kassiert. Noch ein bisschen im Sleep-Modus gefühlt. Variaten ist Faden. Jawohl. Ist da jetzt was drin? Ja. Endlich ist da was drin. Aber geil. Es lohnt sich wieder kaputt zu machen. Zwei Hiebe und die Skeletze sind down. Aber na gut, das ist halt nur Tutorial, ne? Und zwar vom leichten Angerf. Gesundheitstränke. Sehr schön. Oh, Level up. Ich kann immer mehr und mehr. Ich kann immer mehr und mehr. Nice. Dann gehen wir mal upgraden. So, was haben wir denn bekommen? Tadadadadadada. Karte Fertigkeiten da. So, wo können wir denn hin? Kann man zum Beispiel das machen? Fertigkeit gesperrt. Genau, man muss ja erst mal hier hin. Eine höhere Ausdauersorgung für mehr Energie, die für verschiedene Aktionen benötigt wird. Sie erhöht den Schaden von Waffen, die mit Ausdauers skalieren. Oh shit, die haben hier echt das eingebunden. Okay, not bad. Was hier? Fertigkeit gesperrt nehmen, muss ich jetzt mal hier hin. Also nur da, wo blau ist, kann ich erst mal machen. Richtig? Genau. Dafür müssen alle Fertigkeiten eines Zeichens freigeschaltet sein. Höhere Ausdauer. Kann ich auch von unten? Glück habe ich die Chance, mal besiegen gegen Gegenstände zu finden. Ne, das nutze ich mir nicht. Mit Waffen, die auf Stärke skalieren. Ah, muss ich von hier hin fangen? Ja, ich muss echt von hier hin fangen. Okay. Eine höhere Ausdauer oder Stärke? Wir nehmen... Ausdauer. Kann ich es gehen? Kann ich es gehen? Ah, ich muss jetzt zum Hades schreien, ne? Da war ja was. So. Opfer um 50 Drachmente zu halten. Da mache ich erst mal noch gar nichts, weil ich davon gar keine Ahnung habe. Öl des Gifts. Auf einer Waffe auftragen, verursacht diese kurze Zeit Vergiftung. Not bad. Man raubt gehen. Okay, das ist nur Material, das ist unwichtig. Ähm... Kann ich das auf den Slot machen? Ja. Öl des Gifts und den Faden, den kann ich ja lieber im Inventar benutzen. Und dann nehme ich dafür lieber das hier, um Gift-Resistenz zu bekommen. Die Schicht ist schon wieder was frei. Ich habe aber keine Ahnung. Achso, so machen die das. Gut. Ein Level Up haben wir geschafft. Kann ich Karte sehen? Eoh, jetzt sehe ich sie. Da sollen wir lang. Ich gehe aber erst mal nach oben. Also gleich. Erst mal hier unten hin. Weil wir sind hier... Wunderschön. Mehr Ausdauer ballert. Äh, mehr Ausdauer ballert. Ich habe nicht im Auskurs. Da ist was. So. Jawohl. Schöner Schild, Bro. Da ist auch das Schild weg. Sehr schön. Dann, hier haben wir nichts mehr. Diesen Fragezeichen. Wir haben es gerade entdeckt. Zehn Jahre. Das ist verrückt. Wie alt bin ich, für so lange Zeit. Warum bin ich in meinem Schild? Ich habe keine Wahl. Ich muss den Smith finden, den Mann über den Spanien gesprochen hat. So, gibt es da eine Belohnung oder kommt ein Bossgegner, den man besiegen muss. Und dann kriegt man Fett XP und Belohnung. Du siehst ein Schrein. Land der Untoten. Mein Freund, da gehen wir nicht lang. Ich dachte, das wäre... Ich kann nicht hier unten erstmal lang gehen, bevor ich da hochgehe. Aber gut. Zehn Bäschenknochen. Oh, da oben ist was. Wie komme ich denn? Da hinten. Oh, hell no. Alter, Free Hit und ich treffe nicht. Okay, wenn wir mit der Maus ziehen, muss es natürlich etwas anders. Piss dich. Okay, einfach nur grob lieber in die Richtung halten, statt speziell zu aimen. So. Das geht nicht. Muss ich mit F machen. Bam, Junge. Was kriege ich? Odem des Olympus. Neue Fätigkeit. Da läuft was fett. Odem des Olympus. Zeig mal her. Nein. Nein. Da. Nee. Giftresistenz. Äh... Gewürze. Odem des Olympus. Ah, okay, okay. Hier habe ich noch nicht, ne? Nee. Du trittst kräftig nach vorne. Einsatzmöglichkeit in einer Hand, zwei Hand, späre Kampf mit zwei... Oh, es gibt Akimbo-Style. Also Dual-Wield. Boah, heftig. Wirf die nächstgelegene Feinde zurück. Einsatzmöglichkeit dasselbe. Ja, zeig mal kurz mal her. Testen wir mal. Ja, das ist besser. Da ist es viel, viel besser. Trifft mehrere, wirft alle zurück. Wo ich da noch einen tritt. Gut. Dann gehen wir nach oben. Weil ich habe keinen Bock nach rechts erstmal zu gehen. Wir untersuchen erstmal alle anderen Wege, bevor wir weitergehen. Jawohl. Ich werde mit Kontrolle, das ist auf jeden Fall besser. Aber ich mag es lieber immer mit Maus und Tastu zu spielen. Selten mit Kontrolle. Ausnahmen sind Sportspiele und so weiter. Also wo es wirklich wichtig ist, weil da... Du kannst ja nicht jeden fucking Passwurf-Style irgendwie mit jeder Taste spielen. Das ist schon dann nicht möglich. Also, okay, möglich ist immer alles. Aber willst du halt nicht. Aber wenn möglich versuche ich immer zu spielen, weil... Das Ding ist, wenn man andere Spiele auch spielt, wie Shooter-Games oder so, und du machst dann auf einmal Kontrolle in der Zeit... Ja, wenn du dann auf einmal, keine Ahnung, einen Shooter wieder spielen willst, du machst davor die ganze Zeit Kontrolle, dann kannst du wieder dieses Re-Learning-Phase. Und das mag ich nicht. Da würde ich lieber... Will ich lieber erstmal... Die ganze Zeit spielen mit Maus und Tastaturen, damit ich das nicht... Die Entgewöhnung nicht hab. Plus es steigert den Aim. Kannst du noch nicht hier durch? Noch nicht. Was heißt das denn? Wann denn? Muss ich genug Skelette killen? Improvisierter Schild. Gib ihm. So, ist er besser. Dunkel Defense nicht. Physisch ja. Göttlich plus 2. Achso, Schaden. Physischer Schaden nur, wenn ich ihn werfe wahrscheinlich. Und hier... Also hier nur physischer Schaden. Hier habe ich beides Schaden. Die Stabilität habe ich. Keine Ahnung, was das bedeutet vom Schild. Gleich wie viel man blocken kann oder wie gut. Attributsbonus. Aus Zorn D. Aus Stärke D. Göttlich plus 2 im Dunkeln Minus. Wir bleiben glaube ich erstmal noch, weil das sieht irgendwie so richtig runtergekommen aus. Also das genauso wenig, aber... Achso, hier und einmal drüber gehen, damit endlich diese scheiß Eats Anzeige weg ist. Okay, das haben wir uns gemerkt. Hier hinten ist noch jemand. Jawohl. Oh, die waren stärker. Oh ja, die werden ja auf jeden Fall stärker halten, auch mehr aus. Level ab. Oh ja, auf jeden Fall. Irgendwas. Irgendwas. Alles klar will er nicht. Wutzorn. Wutzorn. Okay, das gibt's noch Zorn. Das habe ich verstanden. Der nicht, ne? Das will ich nochmal kurz mal nachgucken. Das interessiert mich gerade. Also der Schildwurf ist ein extra Skill vom Schild, weil ich ihn habe. Aber das ist ein richtiger Skill und der braucht Zorn und Zorn baue ich durch Kämpfen auf, oder was? Jetzt die Frage, kostet treten denn Zorn? Nimm mal kurz. Ja, kostet Zorn. Fuck. Okay, treten kostet Zorn. Wenn man natürlich nicht spammen kann. Man hätte aber auch gewisse Fähigkeiten eigentlich mit Cooldown belegen können. Dann wäre das sowas extra mäßiges. Ah, hier waren wir schon. Nach oben. Da ist schon mal was. Jeden Gegner mitnehmen. Alles kostet nur Erfahrung. Jawohl. Ja, das stimmt. Das kannst du gerade wirklich nicht. Ich bin in der Kiste in der Ecke. Petard gefunden. Ui. Da habe ich was Verstecktes gefunden. Was ist Petard? Petard, wo ist das? Da. Das hat nach dem Werftexprime physischen Schaden verursacht. Nice one. Sehr schön. Hier oben ist noch was. Hiermit kann ich nichts anfangen. Damit auch nicht. Durch, 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 durch. So, alle tot. Immer noch nicht. Okay, vielleicht kommt es ja später wieder. Merken wir uns noch. Vielleicht müssen wir auch stärker sein. Je nachdem, was das bedeutet. Haben wir jetzt genug Knochen endlich mal? Fünf bestigen Knochen. Leck mich, ey. Ich brauche zehn. Dann muss ich nochmal extra wiederkommen. Kann ich teleporten? Auf Spiele ausrichten. Nee. So, das haben wir. Knochenmehl. Sag mal, wo kommt ihr denn her? Alter. Weg mit dem Shit. Gehen wir zum Schrein. Der müsste ja hier sein. So, kurz schnacken. Das war's nice. Smith has been living in this area for many years. If you manage to find him and gain his trust. Yeah. He could turn out to be a good ally in these difficult times. Ja, da stimme ich zu. So, Fertigkeits... Boah, Alter. Voice Crack. Fertigkeitsbaum. Dann... Ich muss runter. Die Kamera ist gerade beschissen ausgestellt. Da. Guter Sandzeit. Ja, dann nehmen wir natürlich Ausdauer. Erfolg. Kauf dir deine erste Fähigkeit im Fertigkeitsbaum. Jawohl. Ausdauer. Glück. Stärke. Nehmen wir erstmal natürlich die beiden Anfangsdinger, dass wir beide Wege frei haben. Sehr schön. Und raus hier. Verlassen. Jawohl. Da sieht man schon ein bisschen mehr Leben. Oder ist das der Damage, den wir vorher genommen haben? Ich glaube, das ist aber Damage einfach nur. Gut. Brennen wir hier schnell durch. Kann man hier runterfallen? Man kann springen. Interessant. Okay. Also runterfallen. Ja, aber ich glaube, es gibt bestimmt ein Limit. Zehn Bestienknochen. Ja, die finden wir noch. Da hinten gibt es eh keine Wege mehr. Gehen wir weiter hier lang. Und natürlich wahrscheinlich nach rechts. Ich muss mir überlegen, ob ich aber zuerst zum Schmied gehe. Weil dadurch dann hier alles Wichtige schon mal haben. Sehr schön. Knochenmehl. Boah, Bestienknochen. Jawohl. Die sind einfach noch schneller. Autsch, das hat doch wehgetan. Oh, das hat sehr doll wehgetan. Immer um ihn herumgehen. Aber wir haben sehr wenig Ausdauer. Nicht mehr vergiftet oder was? Oder Cooldown von dem Tank. Wir haben ein hardes Schrein. Den benutzen wir gleich. Oh, das war Trash. Also ich würde ja gerne lieber mit dem Schwert kämpfen. Weil das ein bisschen mobiler und unflexibler ist. Genau. Statt das. Aber am Anfang müssen wir erstmal usen, was besser ist. Das müssen wir zehn Jahre draufhauen. So viel Ausdauer haben wir nicht. So, neuen Schrein. Schrein wieder hergestellt. Sehr schön. So. Jetzt ist er hier wieder gespawnt. Ey, das ist so schmutz. Oder doch nicht? Ne, da war einfach nur einer. Ich wollte gerade sagen, erst wenn ich raste, glaube ich, stand doch da, dass das sozusagen respawnt. Alle billigen Gegner. Denn ich sehe schon übel. Trägen wir mal in den Hutschein. Jawohl. Jawohl. Muss noch ein bisschen langsamer zuschlagen. Aber ansonsten geht das noch. Boah, Level Up. Merkt man gar nicht. Bin nicht gut, dass es so vorangeht. So, wir haben hier eine Kiste. Was haben wir da drin? Populiten-Schild. Jawohl. Endlich ein Schild, der wie ein Schild aussieht. So, physisch voll. Der hat physisch einen weniger als der hier. Was ist da los? Aber für seine Schadensreduzierung ist es besser gegen physisch. Also der Schaden mit dem ist mehr, wenn man ihn wirft. Aber mit dem ist alles andere besser. Das heißt, nehmen wir den erstmal und dann vergleichen wir. Der hat gegen Dunkel besser. Und er gewinnt seinen Attribut-Bonus durch Zorn. Der durch sogar beide. Stärke und Ausdauer. Weiß jetzt nicht, ob das sogar besser ist, dass er beides mitnimmt. Oder ob er sich dann dadurch sozusagen alles zusammenrechnet. Was dann sogar vielleicht schlechter sein kann. Okay, alles klar. Dann bleiben wir bei dem. Der erste richtige Schild. Gehen wir schon rüber? Oder gehen wir nach unten? Das ist so ein weiter Weg. Ne, wir gehen nach unten. Weil wir finden hier so viele Sachen nicht, wenn wir die nicht verlieren. Oder vergessen extra hierher rennen müssen. Teleportieren, was soll man. Oh. Direkt hier. Kriegt niemand? Ne. Pflanzen. Oh, fuck. Junge, wo kam der denn her? Schnell durchrennen. Da hoch geht's nicht. So, hier ist schon so ein komischer Schauer. Oder Nebel. Ja, oder den sehe ich schon. Ich glaube sogar zwei von denen. Feine Liefer am Boden. Ja, das ist eben ein bisschen noch anders mit der Maus, stimme ich zu. Also in die Richtung einfach nur angreifen wie mit dem Controller ist natürlich zehnmal einfacher. Aha, okay. Schade, ich dachte, der wirft drüber. Fuck. Ich hab ihn noch getroffen. Oh, hell no. Oh, hell no. Okay, muss man aufpassen. Und so kann es passieren, dass das in einer Sekunde dich fast dein Leben kostet. Muss man jede Sekunde aufpassen. Holy shit, ist das bestrafend, das Spiel. Deswegen stand da ja wie Souls-like. Aber damit meint man wahrscheinlich nur, dass es schwer ist. Apropos schwer, schwerer Schild. Random. Was ist der hier? Zeig mal ja. Stabilität ist ja besser. Hat nur ein Scaling. mit Ausdauer. Äh, mit Stärke. Hat fünf weniger physisch Reduzierungen. Obwohl er schwerer ist. Komisch. Dafür ist er aber richtig stark im Dunkel. Wahrscheinlich, weil er Gold ist. GG. Göttlich 82, aber dafür weniger Schaden beim Werfen. Ganz ehrlich, der Schaden beim Werfen ist mir jetzt gerade nicht so wichtig. Hauptsache, der ist richtig bombastisch in Defense. Wobei ich auch nicht so viel blocken muss, muss ich ehrlich zugeben. Kann ich unterbrechen? Nee. Leider kann ich nicht Animationen canceln. Ah doch, so kann ich. Nur mit Daschen kann ich canceln. Na gut, dann nehmen wir das halt so mit. Zack, Junge. Fucking Schilder. Interaktion. Okay, was haben wir denn hier? Ich gedenke an Sai, einen großartigen Freund und unseren ersten Fan. Erhebe dich. So, war das für die Fans gemeint? Sozusagen der Erste, der getestet hat? Oder ist das wirklich so ein Spruch? Nein. Oh, hell no. Aufladung. Du kannst nicht unendlich blocken. Außer du machst das natürlich. Schnell aufstehen mit Leertaste geht glaube ich nicht. Habe ich gerade versucht. Na gut. Okay, dann haben wir das hier. Hier ist noch eine Kiste. Gut, dass die Minimap so gut funktioniert und zeigt alles. Manche Spieler haben ja so eine richtige Schicksalsliebe. Manche Spieler haben ja so eine richtige Game-Map. Da siehst du ja gar nichts drauf. So, was haben wir denn hier Neues frei hier? Besiegte Gegner bringen für immer mehr Erfahrung ein. Die Frage ist, wie lange wirkt das denn jetzt? Besiegte Gegner bringen für immer mehr Erfahrung ein. Das ist doch geil. Weil, hä? Pass auf, dann nutze ich das lieber so. Das heißt, wenn ich sehr... Lieber um safe zu sein, würde ich sagen, mache ich das an, wenn ein Bossgegner kommt oder so, wo doch richtig viele Gegner sind, damit ich ordentlich EP damit dann booste. Weil, wenn nicht... Oder, wenn es nicht unendlich hält oder pro Level, dann ist das ziemlich schlecht, das einfach so jetzt zum Beispiel einzusetzen. So, wir können weiter nach da, aber ich glaube, ich war hier oben noch nicht. Genau, hier durch den Schlitz durch. Oh, Herr. Menschliche. Die ersten menschlichen Spieler. Oder Gegner. Wahrscheinlich, äh, hier Grabplünderer. Einfaches Schwert. Rein da, rein da, rein da, rein da. So. 15 weniger, aber es ist schon mal selten. Finally. Kürtische Treffer. Ist dann 115 Schaden. Chance dazu ist 15, nicht nur 5. Scaling aus nichts. The fuck? Okay. Wieso scale das aus nichts? Willst du mir sagen, es ist immer nur so stark, wie man es upgradet? Okay, komisch. Das scale gleich, wie gesagt, das einzige, was... Woran das, äh, Schwert besser ist, ist... Weiß nicht, vielleicht Endgame. Oder wenn man upgradet. Aber ansonsten... Fangen wir damit an, schon mal die gleichen Farben. Das ist doch schön. Oh ja, definitiv besser. Also ich mag Äxte und so, ne, Wikinger-mäßig oder wie den Skyrim, aber... Meistens ist es schwertgeiler. Meistens. Nicht immer. Manchmal ist auch eine Axt viel, viel besser. Okay, also. Boah, viel, viel besser. Die Ding ist besser. Aha, okay, so haben die das gemacht. Ich werde besser an das. Bestienknochen plus einen. Was viel haben wir jetzt schon? Oh, Dunkeleszenz. Von Dunkelgegnern erhalten eine Zutat. Aber waren das die zwei gerade die Bogenschützen? Okay. Aber da können wir nicht durch. Oder wahrscheinlich extra so gemacht, dass man nicht sofort alles erkundet oder in die falsche Richtung geht, weil man soll schon der Mission folgen. Das ist ja auch richtig so. Richtig so. Er ist ein Eden. Was für Traitor. Er lebt noch, Menelaus. So. Ah, wenn man getoffen wird, kann man nicht... Oh, herr, na. Komm her, du Bastard. Jawohl. Ich wollte gerade sagen, da müssen wir was herausfinden. Wir sind eigentlich kein Verräter. Wir sind halt in der Schlacht nur gefallen, so wie es die Geschichte gesprochen hat. Ich bin immer noch sehr... Also, nicht... Wie soll ich sagen? Die Frage, die sich mir stellt, ist, kann man Paris am Anfang besiegen, wenn man gut genug ist? Geht das? Und wenn ja, was passiert dann? Oder ist das so typisch, am Ende one-shotet er sich einfach mit Absicht? Mein Meister. Ah, ein Gegner. Skill cooldown. Oh, shit. Das kann ich auch. Warm, Junge. Schnell weg. Holy. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay, die Tränke sind sehr, sehr wichtig. Holy. Unser Damage ist noch ein bisschen mehr. Ich hätte gerne ein bisschen bessere Skills, um mich zu verteidigen. Vielleicht sollte ich aber auch mehr blocken. Junge, das vergesse ich so häufig. Ich weiß nur nicht, welche ich blocken kann, welche nicht. Ist es vielleicht damit zusammenhängend... Ich muss von außen, okay. Äh, zusammenhängend mit dem... Mit dem Zeichen. Das heißt, Ausrufezeichen geht nicht, weil es ein Heavy Attack ist. Aber alle anderen können nicht blocken. Oh, Herr, na. Kleiner. Kleiner. Okay. Ich hatte kein Hochhärten. Oh, Herr, na. Okay, ich muss anvisieren bei manchen. Okay. Okay. Also, weil das Problem ist, wenn ich angreife, kann ich ja in die Richtung angreifen, wo ich hingucke. Mit dem Auszeiger, wie es Einstellung ist. Aber es gibt keine Einstellung, glaube ich, wo man hin blockt. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel so laufe, dann ist das so. Und ich muss den anvisieren, damit er immer in seine Richtung blockt. Weil das war gerade zum Beispiel Glück, dass ich vom Bogenschütz nicht getroffen wurde, obwohl ich seitlich war. Was für Dunkelmi. Ich werde doch gar niemanden töten. Fuck. Gut, wir gehen jetzt von hier außen und dann gehen wir da hoch. Was ist hier hinten? Ach so, nur die Passage. Okay, ja. Aber ihr merkt schon, hier sind gar keine Skelette mehr. Oder weniger. Das sind nur Zivilisten, die hier noch leben. Alter Friedhof, Land der Toten. Und hier ist erstmal noch keine Beschreibung. Ich könnte hier rumgehen. Ich glaube, aber ich... Ah, lasse ich das lieber. Mein Meister, ne? Weg mit dir. Danke für die Münzen. Hä? Da war was. Ich hab einen Sound gehört. Ey, komm her. Oh, schade. Ich dachte, ich könnte ihm ein bisschen... ...juken, hierhin zu kommen. Ein Dart. ...juken, hierhin zu kommen. Du Arsch. Oh. Hä? Nein, nein, ich will nicht Zivilisten angreifen. The fuck. Aua. Aua. Oh, hell no. Manchmal, wenn man zum Beispiel Heavy Attack machen will, man denkt sich so hintereinander, ähm, kombinieren. Und dann einfach mal, wenn du drückst und es passiert nichts. Und du stehst da wie so ein Dulli, eine Sekunde passiert nichts, kriegst du nur aufs Maul. Geh du jetzt weiter. Ich will nicht mal Zivilisten angreifen. Unbewaffnete sind keine Gegner. Außer im Notfall. So. Wir kommen hier langsam durch. Wir kommen wahrscheinlich dann so und dann hierhin. Oder wir müssen sogar zurück. Das wäre richtig geil. Aber mal gucken. Na, hier durch. Immer da laufen, wo die Kamera nicht ist, weil das sieht man ja nicht. Da ist jemand. Kiste. Oh, Sparta. Jo, 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 jo. Oh, geil. Also. Sparta-Schild. Selten. Physisch 100% Reduzierung. Das ist richtig. Göttlich, dunkel, dddd. Triple D. Pause. Auf jeden Fall. Stabilität. Schaden ein bisschen höher. Den nehmen wir. Pass auf mit der Farbe. Geil. Das kann wahrscheinlich der Schmied nur verbessern. So wie ich das jetzt mitbekommen habe. Was ist das hier? Mariniertes Fleisch. Falsch. Da hast du nämlich damit alles, äh, perfektioniert, den Kampfstil. Oh, Helena. Zuerst den hier. Jawohl, du kannst nirgendwo hinausweichen. So, das ist die Brücke, über die ich gegangen wäre. Hier ist ein dicker Adler. Alles klar. Kann ich da rein? Ne, da ist eh nichts. Die Map endet da. Dann, durch, durch, durch. Was ist das hier? Achso, verbrannt einfach nur. Puh. Holy shit. Oh, lol. Er hat ihn über sein Schild springen lassen. Sehr gut. Okay, geht voran. Wenn man keine Aushaue hat, kann man schnell den Schildstoß als, äh, End-Damage nutzen, sozusagen. See him, boys. See him, boys. What the fuck war das denn? Oh, das war gut. Ich hab's kurz gesehen, aber ich dachte, ich könnte's canceln. So ist mein Immun. Ah, ich brauch mehr Ausdauer. Oh, das war trash. Junge, ich hab einfach mal den Stein angeschmissen. Erstmal flexen, oder was? So, aber ordentlich Kisten am Anfang, das find ich auch gut. Held, hast du ein Speer? Wir haben ein Speer, wir haben ein Speer, wir haben ein Speer. Oh, Alter, mir wird richtig warm hier drin, ey. Scheiß, die waren dann. Also nicht wegen dem Spiel, sondern wegen Wärme allgemein. Äh, was nehmen wir, was nehmen wir? Das ist geil. Ich brauch mein Speer. Vierfach-Kombo. Zweifach-Kombo, alles klar. So, da waren wir schon. Zum Keller hinein. Boah. Gehen wir da rein, Jungs? Oder Leute, eher gesagt, weil man weiß ja nicht, mit wem man redet. Gehen wir mal rein. Fuck it, komm. Einmal gucken. Der Keller. Äh, keine Karte verliebt, wo ich finde, dort. Geilo. Kann ich Waffen-Quicks, äh, swappen? Das würde so eine geile Möglichkeit ergeben. Boah, kann ich die irgendwie nummerieren? Zum Beispiel würde ich gerne eins und dann zwei haben. Im Notfall drei für maximalen Schaden. Weil das ist ja Müll. Muss man einfach so sagen. Boah. Hm. Weiß ich ja nicht. Eine Sache habe ich noch nicht getan. Kann ich, wenn ich Schild wegwerfe, mit der Waffe blocken? Nee. Kann ich damit zurückholen? Na gut. Gewürze. Ja, komm, gib her. Kann man immer gebrochen. Gewürze. Mag nicht die Klänge. Wer bist du denn? Gegner? Weg mit dir, du Sau. Jawohl, der Range-Vorteil. Ich spähe jetzt so fucking gut, ey. Cancel. Bomb. Ich habe keine Macht. Warm, Junge. Nächster. Ausweichen. Okay, wir merken schon. Wir haben ein bisschen Schwierigkeiten gerade zu kämpfen mit der neuen Waffe. Saufen. Ja, weniger Rückschlag, merkt man. Ausdauer, Ausdauer. Oh, der hat mich gekänzelt, die Sau. Das war jetzt eigentlich unnötig, aber egal. Speer ist so lala. Also, ich glaube, einzeln, nice. Aber gegen mehrere bist du halt sehr scheiße, weil du hast noch nicht genug Damage und Rückschlag. Deswegen glaube ich, switche ich nochmal. Schwert bin ich ein bisschen besser. Aber die Range war geil. Wie gesagt, ich muss nochmal gleich in die Steuerung. Neue Waffe. Kopis. Was zum Fick ist ein Kopis? Oh, Leute. Das ist doch das Schwert, was wir hatten. Aus Stärke gewonnen Attribute C. Also, wenn ich eine Stärke mehr habe, ist das sogar stärker als das, was ich jetzt habe. Aber weniger Crit. Weil natürlich wegen Seltenheitsgrad. Okay, gut. Noch nicht nehmen. Also, Geduld. Geduld, Geduld, Geduld. Gehen wir... Ah, nee, nee, nee. Da war noch was. Öl. Wunderschön. Immer so ein bisschen hinherrennen. Ich glaube, ich kann die Kamera nicht verändern, oder? Nee, kann ich nicht. Das ist schade. Kamera so ein bisschen links-rechts drehen, wäre nicht schlecht. Oh, mein Meister. Zerstört die Sau. Gesundheitstrank, Kohle. Oh, Kohle werden wir brauchen. Also, beide Kohlearten, ne? Kohle Money Money und Kohle sowas hier. Das Material. Ich glaube, das war es hier eigentlich, ne? Hier gibt es eigentlich sonst nichts mehr. Nee. Und raus hier. Okay. Kleiner, feiner Ort. So, jetzt sind wir wieder hier draußen. Schön frische Luft. Plus, ich habe das sogar abgearbeitet, weil das jetzt Symbol ist, glaube ich. Oder? Unbesuchter, Besuchter. Genau. Alles klar. Leistroy-Geonier. Oder Leistroy-Geonier. Alles klar. Scheiß drauf. Hören wir später den Namen. Aber wir sehen, es gibt noch viele andere Dinge. Part 2 in eine andere Region. Alles klar. Boah. Machen wir dann hier erstmal einen kleinen Stopp. Weil ich glaube, wenn wir jetzt weitergehen, kommen noch mehr Dinge. Weil ihr seht ja, wir sind knapp davor. Wir haben das im letzten Part gemacht. Dann haben wir jetzt in dem Part hier das alles gemacht. Da konnten wir ja nicht hin. Und dann kommen wir im nächsten Part wahrscheinlich hier an. Und vielleicht schaffen wir sogar das hier. Je nachdem, wie schnell wir durchkommen. Mit Rennen und Fighten. Plus ein bisschen Level noch. Neue Fähigkeiten und stärker werden. Also Leute, falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, Abo und Kommentar da. Und wie immer, bis zum nächsten Mal. Und wie immer, bis zum nächsten Mal.